Aber zeitlich ist das schon knapp, oder? Zumal die ja jetzt auch voll die Strecke zurücklegen müssen. Na, wobei, wenn sie einmal hier sind, sind sie hier. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut designt. Ich habe tierisch das Bedürfnis, einfach den Mund zu halten. So, und das war's ja dann auch schon. Das heißt, man könnte jetzt hier hinten schon aufmachen. Bitte einmal hier den Explosiven machen. Und die Karabahne zieht weiter. Sorry, das ist das einzige, was mir da einfällt, wenn ich das sehe. Oh, und da hinten fallen immer noch welche raus. Wie viel kommen denn in den Level? Was, das sind schon so viele Reihen? Und erst 73 Prozent? 65 Prozent. Oh, das scheint tatsächlich 100 zu sein. Ah, okay. Hinten ist es abgerissen, der Strom an Lemminge. Ja, das ist doch geil. Das war jetzt gar nicht so schwer, fand ich, oder? Also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, kann ich echt nur empfehlen. Total geiles Game. Ähm, werde dann aber jetzt auch gleich eine Aufnahmepause machen. Nicht, weil es mir zu anstrengend wird, sondern weil mein Magen mich dazu zwingt. Und ich denke, dass ich direkt nach dem Essen gleich weiterzocken werde. Hey, ich bin so glücklich, dass ich die Dinger gefunden habe. Diese, ähm... Ja, diese, ähm... Part. Ah, hier runter, runter, runter. Hoch, durch, 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 durch. Was? Und wo ist der Ausgang? Halt, stopp. Wo ist denn der Ausgang? Ähm... Das ist nicht euer Ernst. Oh, und das Song ist auch wieder total geil. Okay. So, dann graben wir uns halt einfach durch die Säulen durch, würde ich sagen. Ähm... Ich weiß nur nicht, ob ich nicht wieder diese Blockade machen soll. Doch, ich glaube schon. Denn... Da hinten habe ich schon wieder das Problem, dass mir... Ein zu großes Loch den Weg versperrt. Warum ich die jetzt habe abprallen lassen? Ganz einfach. Ich kann jetzt hier schön gediegen. Ähm... Den... Scheiß! Ah, fuck! Genau den falschen zum Blockierer machen. Ähm... Und den ganzen Scheiß nochmal probieren. Komm, explodier! So, und du baust jetzt Brücken. Und zwar möglichst weit unten. Jetzt müssen wir nur auf dich acht geben. Weil der hört nämlich einfach irgendwann auf mit Bonn. Alter Sack. Bestimmt irgendein Pole. Ähm, wenn wir zu... Oh, sorry. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Polen beleidigt. Ähm... Ist doch dieses übliche Klischee. Ich wollte jetzt niemanden auf den Schlips treten. Oder auf die Krawatte. Oder... Die Fliege. Boah, jetzt rebelliert der Maden aber. Shit. So, ich hoffe, das reicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, aber gut. Das ist genug Zeit, um... Ja, um... Sollte es ja nicht klappen, dass man hier... ...davür sorgt, dass da nicht noch mehr schief geht. So, super. Das funktioniert schon mal. Das heißt, den schicken wir wieder Treppen bauen. Ah, da bleiben wir lieber dabei. Kann man hier unten reinklicken? Ah, super. So, du baust schön Treppen weiter. Hier hinten haben wir blockiert. Wo? Genau hier. Äh, Bomber. So. Yeah, yippie! Was? Oh no. Hat jemand drauf geachtet, wie viel Prozent wir schaffen müssen? Ich nehme dich nicht. Ich hoffe, es reicht. Das sehen irgendwie so wenig aus. Aber das Level fand ich jetzt nicht so schwierig. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie hoch das sein darf, damit die nicht da unten zerplatzen. Na komm, hopp, 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 hopp. Kann man hier mit F? Ach, krass, ich kann doch vorspulen mit F. Ah, Forward. Okay, ach, ich brauchte nur 50 Prozent, Lulz. Lulz? Was? Heaven. Natürlich, Heaven. Yeah. Ich glaub, das hat er da Teufel hingemalt. Lass mich raten. 62 Prozent? Äh, in acht Minuten. Okay, das wird wieder so ein Level, wo wir zweimal failen. WTF? Äh, 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 äh. Ich bin kurz überfordert. Moment. Äh. Warum ich das jetzt so mach? Ganz einfach. Ich kann dann halt mehr da dahinter, ähm, transportieren. So. Ähm, jetzt brauchen wir hier einen Brückenbauer. Und zwar einen ziemlich krassen. Scheiße, wie, wie soll ich das so machen? Scheiße, du kommst nicht über den drüber. Lass mich raten. Ah, lol. Das ist aber ziemlich scheiße. Ha. Fuck. Okay. Äh. Scheiße, 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 scheiße. Befügt. So. Aber wie, 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 hä? Soll ich... Alter. Das, das kann nicht dein Ernst sein. Deswegen krieg ich auch acht Minuten Zeit, damit ich hier diese lange Brücke bauen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hui. Oha. Naja, ob das statisch so korrekt ist, das wage ich zwar zu bezweifeln, aber... Ja, aber das sieht doch optisch aus. Kommen wir ungefähr hier so raus, so? Hm? Ja, das war gar nicht so schwierig. Es sah schlimmer aus, als gedacht. Äh, es sah schlimmer aus, als es ist. Auch wenn meine Brücke vielleicht ein bisschen... ...fail ist, aber... ...das mag man mir verzeihen. Oh mein Gott, wenn die ganze Menschenmenge da drauf geht, also die Lemmingmenge. Tja, fand ich jetzt gar nicht mal so schwierig. Tja, 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 tja Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Musik ist göttlich. So, nach dem Level werde ich dann auch erstmal einen Cut machen. Soweit hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr auch bei weiteren Folgen der Lemminge reinschaut. Und dann schauen wir noch den letzten vier Lemmingen zu, wie sie sich nach oben quälen. Und dann sieht man sich gleich nach dem Essen weiter. Je nachdem, wie geschnitten wird, vielleicht für euch sogar sofort oder dann in der nächsten Folge. Meine Seite heißt, Seite heißt erstmal, euch einen schönen Tag noch. Und bye bye.